Die Welt wäre viel schöner dank Babas Döner. Ja, mit diesem Slogan melde ich mich zu diesem neuen Video, Freunde. Ihr werdet es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Der Rapper Massiv hat seinen eigenen Dönerladen. Er öffnet, meine lieben Freunde. In Frankfurt steht das gute Ding, ja. Wer mal irgendwie dort in der Nähe sein sollte, kann sich das auf jeden Fall mal geben. Es sieht auf jeden Fall anhand der Videos ziemlich, ziemlich nice aus. Und ich habe auch aus eigenen Kreisen gehört. Es soll wohl sehr lecker sein, ja. Ja, Freunde. Passend zum Release hat sich der Rapper massiv überlegt. Yo, komm, ich mache mal die Werbetrommel und verkafe einen Döner für einen Cent. Ja, für einen einzigen Cent. Überlegt euch mal erst mal, wie viele Döner könntet ihr für einen Cent essen? Ja, schreibt es mir gerne mal unter die Kommentare. Das würde mich ganz gerne mal interessieren. Yo. Viele Influencer und YouTuber waren natürlich vor Ort, wie gesagt. Und naja, es gab einige Ansprachen von einigen Rappern via Instagram und Co. Ja, ich blende euch jetzt mal einige Videos ein, Freunde. Da könnt ihr euch das mal vielleicht anschauen für die einen oder anderen, die es nicht gesehen haben. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten, ja. Wir hören uns gleich nochmal ganz kurz. Und Peace and Out! Sag mal Salam, Bruder. Oh, Salamu Aleikum. Wie sagt es das? Für mich, Bruder. Oh, okay. Und Aleikum Salamu. Abu Shahru und Abu Mois. Gruß an die Menschen. Hey, was du dich anbeten? Mois macht den ersten selbst gemachten Döner. Der allererste, Bruder. Schau dir, Bruder, Herz. Du, der immer nur von seinem Herzen gehört. Heute zwei Meter geballte Power. Herzlich willkommen, mein Bruder. Habib, Albi. Ey, den geht's, Bruder. Weil, willst du immer drin, Bruder? Massiv, Bratan, herzlichen Glückwunsch. Ich hab grad gesehen, du hast deinen ersten Dönerladen aufgemacht, Bruder. Ich hab dich ein bisschen mitverfolgt mit der Werbung. Und wie du den Döner machst, übertrieben krass. Bruder, herzlichen Glückwunsch, Mabruk. Ich wünsch dir nur das Beste. Liebe. Naja, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Am Ende kippte die Stimmung ein wenig, die Polizei rückte an. Und, naja, Corona-Regeln, dies, Dad. Ihr wisst, was Sache ist, ja. Okay, alles klar. Polizei kommt. Ausnahmesituation, Eskalation. Das ist krank. Ich glaube, es ist Feierabend. Jo, Leute, Ausnahmezustand. Kommt bitte nicht mehr hierher. Kommt bitte nicht mehr hierher. Weil, die Polizei ist jetzt auch da. Bitte nicht mehr hierher kommen. Die Sache wird wahrscheinlich abgeblasen. Hier hält sich keiner an die Regeln. Wir haben das selbst nicht mehr im Griff. Deswegen, äh, sag ich euch, bleibt lieber zu Hause. Das ist gerade too much. Die Sache wird komplett abgeblasen. Massiv, können wir ein Bild machen, bitte? Äh, Chaos. Nichtsdestotrotz wünschen wir den Rappern massiv natürlich alles, alles Gute. Und natürlich, ich wünsche mir, der Dönerladen wird in Zukunft auch mal in der Nähe von NRW entstehen. Ja, das wäre natürlich nice. Da könnte ich natürlich vorbeirutschen. Also bitte lieber massiv einen NRW bitte. Danke. Peace and out. Tschüss. Tschüss.